kinder hallo und willkommen zurück zu einer weiteren runde hier im landwirtschaftssimulator 2017 im mega schweine projekt ja wir haben ja so einige sachen die wir gestern nicht beendet haben eben zum einen den diesel transport den habe ich ja gerade eben losgeschickt ja diese sehe ich hier keine gps na gut dann machen wir es ohne ist ja eh nicht mehr viel so das müssen wir auf jeden fall machen nicht hier eben das feld fertig düngen und die diesel geschichte und dann gucken wir mal was sonst noch so anliegt wichtig ist dass wir das hier mit der letzten düngung ich glaube dass es die letzte ist durch bekommen einmal drehen das sind jetzt noch drei vier bahn dann haben wir das erledigt hier und dann hoffe ich jetzt nur dass der kurs hat er gut ich habe nichts gesagt wo gerade sagen dass der kursleifahrer mit dem diesel fast wenigstens bei der holzstammen produktion anhält wenn er schon bei der raffinerie es nicht gemacht hat aber er hat angehalten perfekt so wie es sein soll weil dann können wir dann nämlich gleich den diesel aus kippen damit wir die baumstamm produktion wieder in krank bekommen weil das war ja auch so ein ding dass die leer gelaufen ist und baumstämme brauchen wir für unsere sägewerke so und wieder eine bahn fertig so dann noch einmal zurück und dann war es das ja wie standard ich glaube das muss ich schon fast nicht mehr sagen der steuer verkauft gras der big im med gras läuft also so und jetzt hier das ding noch runter gezogen und dann dann kümmern wir uns erstmal um den deutsch mit dem dieselfass dann klappen wir dass einmal zusammen so du stehst doch schon sehr gut hier abladen bitte ach ist der auf flüssigkeitstransport eingestellt da muss ich jetzt mal gucken ja da ist grün geht da los jetzt kapiere ich das jetzt kapiere ich das das werden wir glaube ich gleich noch mal testen ob das funktioniert aber wenn ich den als flüssigkeitstransport anstelle wie viele diesel geht eigentlich hier rein auch das sind erst sieben prozent ja das dauert also noch ein bisschen so dann gucken wir jetzt noch mal früchte ist es anders noch immer grün die 1 könnte noch mal gedüngt werden da gucken wir doch mal ach der ist fertig dann lasse ich den jetzt mal als flüssigkeitstransport zu viele wartepunkte nur eine erlaubt 10 punkte bei flüssigkeit normalerweise zumindest das ist flüssigkeitstransport muss man nicht kapieren muss man einfach nicht kapieren dann gehst du einfach als transport weiter oder könnte ich dem sogar sagen beladen am mit treibstoff ja vielleicht geht das zu viele wartepunkte nur einer erlaubt gut also transport und mal gucken wo du stehen bleibst so und wir gucken mal ob wir da drüben schon düngen könnten ob da schon was gewachsen ist sieht gut aus dann 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 das ist fällt 1 15 meter fällt 1 wird schon irgendwie passen fangen am ersten wegpunkt an und weiter warum sagt hat ja mein fehler düngen so wo machst du jetzt hin aber wir springen hier mal kurz raus ich habe hier was gesehen hier gibt es gold nuggets und wenn wir schon hier sind dann machen wir das auch gleich da ist ja so zehn stück fehlen uns noch zehn stück neun hier wird da vorne acht sieben es wird es wird es wird es wird aber so langsam kommen jetzt die schwierigen dinge hier wird serie sieben ist angekommen ach gut der ist am hof ja da kann er erstmal bleiben auch wenn er leer ist so du bist am düngen hier schön funktioniert das auch ja gut weiter im text das sieht doch aus hallo aussteigen wir nehmen jetzt erstmal hier stadion als wenn das mitten auf dem platz wäre ja anstoß punkt so und jetzt haben wir das eine beim kompost master da hatte ich mich ja schon dumm und dämlich gesucht das muss noch eigentlich würde ich sagen von der position her muss das irgendwo hier sein ist auch nichts da hat er das wirklich hier irgendwo aufs dach gepackt da komme ich nicht hoch da komme ich nicht hoch da oben drauf ist es auch nicht ach man da ist er wunderbar wunderbar ich habe ihn so dann rennen wir mal hier rüber wir kommen der million immer näher wir kommen der million immer näher immer näher so noch ein stückchen vor es müsste weit theoretisch irgendwo ich hier sein da komme ich nicht hoch erst mal so hilflos außen rum rennen und dann und dann systematisch herangehen also es muss irgendwo in diese richtung sein es kann auch hier drüben sein na klar oder dann geht es erstmal zum nächsten versuch irgendwo hier in dem bereich ja da sehe ich schon ja ja so 97 jetzt gucken wir mal wo haben wir denn noch 123 dann nehmen wir jetzt erstmal den hier unten da müssen wir beim schlachter einmal raus eigentlich ist es hier jetzt bin ich ja schon wieder zu weit gelaufen und ich hätte ich doch eigentlich schon alles abgesucht noch mal hier im gras alles durchgucken im gebüsch oder es ist doch hier drüben da ist ja gut und jetzt ist nur noch die beiden da oben er kommt die 99 die muss jetzt noch sein die will ich haben dann noch mal die bank gucken nein hier ist nichts hier einmal rum ah ich ja oben ist aber man weiß es ja nie man weiß es nie jetzt kommen wir noch mal auf die grafik also jetzt würde ich sagen irgendwo in die richtung vielleicht hier im park da ist ja da ist der nummer 99 so jetzt fehlt nur noch eine aber den machen wir jetzt nicht mehr da habe ich jetzt keine lust mehr zu so weiter im text weiter im text der fährt der fährt genau nehmen wir mal dem hier da hatten wir ja wasser hier zu flüssigdünger glaube ich war es zum tomatenwerk gebracht das heißt das fass kann erst mal zurück zum hof und dann werden wir uns mal das wasserfässchen wieder schnappen und mal ein bisschen gucken dass wir vielleicht mal die tiere da haben wir doch glaube ich jetzt schon das wassertrug und da brauchen wir gar nicht mehr gut dann fahren wir nur zurück gut gut Tadadadadu. Ich will mal ganz kurz was gucken. Wir können ja hier anzeigen lassen, 60%. Na, das dauert doch noch. Ich hatte gehofft, dass wir doch jetzt irgendwie mal demnächst hier mit der Pappelernte loslegen können. Aber das will wohl nicht. Das will einfach nicht das blöde Zeugs. So, einmal hier das Güllefass mal parat stellen. Ja, eigentlich ist es das Güllefass. Oh, braune Farbe, Gülle. Weiß für Milch. Blau für Wasser. Dann würde ich sagen, dass wir dann einfach hier daneben stellen. Aber schön ordentlich. So, müssen wir ein Stückchen vorfahren. Dann lassen wir den hier stehen. Wir gucken noch mal ganz kurz zur Schweinefutterproduktion. Ach, guck mal, hier brauchen wir zum Beispiel Wasser. Gut, da müssen wir uns morgen drum kümmern. Schweinefutter. Die Produktion steht. Das ist nicht gut. Aber was fehlt? Erdfrüchte. Haben wir keine mehr. Gut, geht nicht weiter. Aber wir haben immerhin noch 25.000 Liter Schweinefutter. Gut, da können wir mit arbeiten. So, hier wird produziert. Wir haben noch Mist. Wir haben Gülle drin. Wir haben 49, fast 50.000 Liter Dünger. Und hier haben wir fast kein Saatgut mehr. Wir müssen Getreide nachlegen. Auch Arbeit für die nächste Folge, die morgen um 15 Uhr erscheint. Bis dahin sage ich jetzt erstmal Tschüss. Wir sehen uns, wie gesagt, morgen 15 Uhr zur nächsten Folge hier vom Megaschweineprojekt auf der Nordfriesischen Marsch. Bis dahin, macht's gut.